Hey, Uwixi zu einer weiteren Folge von Lorelei. Letztes Mal haben wir quasi die Vorgeschichte abgeschlossen und sind jetzt in Chapter 3 angekommen. Mal schauen, was jetzt passiert. Naja, zumindest haben wir uns im Beruf gut geschlagen. Am ersten Tag. Es war auch noch am ersten Tag wahrscheinlich. Ja. Okay, not that. Don't be shy. Come in, Lorelei. I'm cooking you a stew. What? It's about time you had a nutritious home-cooked meal, don't you think? But, what is this place? And who are you? This house is my humble kingdom. And I'm your new best friend. I knew your mother. And your father. And now, I'm getting to know you, Lorelei. Tja, weil die beide auch tot sind. What the fuck? Naja, das ist auf jeden Fall schon mal wieder geil. Die Shop-Passage war vielleicht ein bisschen langgezogen. Aber dafür ist das wieder, dass er sich in diesen Spielen von Armisch ausgemacht hat. Oder wie auch immer. Der Mann heißt er, das macht er immer. In seinem Ein-Mann-Büro. Wir sind so ein bisschen auf die Spur der Vergangenheit. Mal wieder. Ich merke die Effekte hier. Wenn die Kerze irgendwie mit kurzhaurigen, schwarzen Hörnern. Ach ja. Die call me, the Queen of Magans. I rarely let people in. They have no business here in my place of rest. But I thought that for you, I'll bend the rules. And give you some of that motherly love. Who Miranda failed to deliver. For me, why? See, I've been around a long time. Born out of darkness to borrow my tunnels deep in the wicked human hearts. But your heart is different, Lorelei. Because you're a survivor. A survivor? A survivor? Me? I certainly did not survive my throat slashed open with a sharp piece of glass. Sometimes dying is not the end. Don't you know that, Lorelei? Bullshit! Where's my dad then? Where's Mom? Gone. And now I'm gone too. Perhaps you are stronger than them. After all. When someone's will is strong enough, even the death cannot stop someone. I think you are really overestimating who I am, strange lady. And who are you, really? Who do you see, when you look in the mirror, and you're alone? Die. Die. Schwierig. Oh, I know we're here, buts. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ich glaube, ich nehme diese Antwort. Ich sehe eine Frau, die sich so schwer zu machen, aber sie sind immer falsch, in der Ende. So, sie ist confused. Sie ist lost. There was a glimmer of hope Once She could see the door open wide And she ran for it Like she'd never run in her life But then it shut Right in her face And now she'll never know How life would be If she'd crossed the finish line But what does it matter now? I can't turn back the time No, but With my help There is still something you can do Let's take a little walk, shall we? Madam Madam What the fuck Oh, that's Oh, there's 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 16 14 15 15 16 16 17 17 18 17 18 18 18 19 20 20 21 21 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 26 23 24 24 26 25 Aber diesmal sind es keine Kerzen. Und hier sind nochmals zwei übrig und die dritte ist ausgeblasen. Waren alle drei am Anfang hier? Ich bin mir nicht sicher. Und waren nicht nur beim Ende von Kathleen noch drei übrig oder zwei? Ich weiß es nicht. Und wie komme ich bitte zur Seashore? Verdammt. Und ja, das Spiel schaut wirklich so aus. Wie komme ich dorthin? Nicht hier auf jeden Fall. Naja. Hub, Hub draußen. Ja. Ist das... Schade. Ich dachte, das wäre jetzt echt das gewesen. Wie komme ich da bitte hin? Es wäre sehr nett, wenn du mir sagen würdest, dass ich dorthin komme. Das wäre echt super. Äh, Fräulein. Mother. Nee. Okay. Ich habe noch keine Winter. Okay. Oh, ich komme durch das Bild. Oh, what? Okay. Ich weiß nicht, was mir hier Patrick helfen soll, aber... Boah. Schauen wir mal, ne? Das ist nicht der geilste Hintergrund, der das Spiel zu bieten hat. Das muss ich jetzt gleich mal sagen. Natürlich entschlossen, ne? Das schaut jetzt nicht so hoch qualitativ aus wie der Rest eigentlich. Aber... Naja. Oh. Natürlich, das wird von klein zu groß, so gigantisch, oder wie? Ah, wir sind auch immer im Bett. Das muss keine Sinn machen. Ah, natürlich. Hallo. Na dann. Oh. 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 Oh nein. Ist der ein Schlüssel? Erinnert mich an Sachen. Ah. Oh gut. Ich wus... Das war genau meine Reaktion... Öhm... Ah, nur 27, 30, was ist das für ein Wurzeln? Ich würde mal sagen... ...ab zum Teil, zum Rettungsring. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber gut. Wir nehmen das Messer. Warum bekommen wir den Seestern? Und warum denke ich mir, dass es den... ...weil die Flosse abzuschneiden, nicht so einfach sein wird. Oder kommen wir nochmal hier zurück? Für was brauchen wir den Seestern? Meine Güte. Fragen über Fragen. Messer. Hier, bitte. Gut. Ah ja. Ich dachte, es sind die ganze Flosse mit. Okay, es geht... Der Fingerschlüssel. Natürlich. Warum auch nicht? Naja. So. Ich würde mal sagen, dann schauen wir hier rein. ...in das hier. Oh. Shark Meat. Und reingefingert. Sehr schön. Gut. Schwarz. Also, wir haben hier mehr. Irgendwas Neues. Und es steht irgendwie aus... ...wie der Himmel oder so. Wir müssen also drei Sachen durchgucken. Vielleicht sind es unsere drei Chancen, die wir haben. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht. Ja. Ja. Es legt in den Pott. Würdest du? Ja. Ich würde sehr gerne machen. Es würde so machen. Okay. Das ist jetzt ein Einfüllgeräusch. Es ist wie ein Plopper. Aber hey. Echt, mein Kind. Dieses Huststew wird dein Herz wiederholfen machen. Oh ja. Und should you ever come back, there's plenty left for later. It would be a shame to waste it. Ich habe ihn nicht gefühlt. Das ist das Problem. It's time for you to have your revenge. Rosemary Lane. God, I hate that place. But I'm ready. This is your second chance. Don't waste it. Ja, ich würde sagen, wir sind noch in der Zeit. I'm coming to save you, Bethany. Und wir holen uns, Bethany, zurück. Na dann. Auf geht's. Zurück zu deinem Leben. Ich hoffe, er stichtet sich wieder. Oh Mann. Revenge time. Revenge time. Ich weiß noch in der Zeit. Ich bin ein. 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 Ich bin kein Team. Oh. Zack lebt. Damn. Er war nur ausgelockt. Alles klar. Downfall-Poster. Yay. Hin zum ersten Spiel. Das ist ein Stück. Also schauen wir uns an. Ich kann nicht mal die Polizei. Sie werden einfach Bethany nehmen und sie in die Pfosten. Ich kann das Risiko nicht nehmen. Schau mal auf sie. Sie braucht mich. Wir versuchen uns zu schalten. Ich brauche ein Moment, um meine Gedanken zu holen. Und herausfinden, was zu machen, glaube ich. Wie ist dein Kopf, Zack? Es ist gut, glaube ich. Es war nur ein bisschen Bump, wirklich. Und meine Glorious Hat 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 die meisten der impact, auch. Du hast uns da, da. Ich? Nein, ich einfach... Oh, shut up. Du hast. Wenn es nicht für dich war, wir werden jetzt alle sterben. Wir sagen, es war ein Team-Effort. Aber du hast wirklich keine Arbeit in mir helfen. Also... Vielleicht habe ich das. Das ist ein guter Ort. Was machst du eigentlich? Oh, ich mache Video-Games. Wirklich? Das ist großartig. Wollt... Sie sind ziemlich blöden, ehrlich sind. Sie sind nicht so schlecht. Ich meine, die Leute kaufen sie, oder? Einige Leute sie lieben. Das ist wahr. Aber ich bin Hideo Kojima nicht. Ich weiß, wer diese Heidi Kojima ist. Aber ich bin sicher, dass du einen Tag ein sehr erfolgreiches Spiel machst. Du denkst? Ja, natürlich. Als lange du dein Herz und Seele in sie setzt. In meiner Erfahrung, das Herz und Seele bedeutet nichts, ohne eine Million Dollar auf Advertising. Vielleicht sagst du das nur, weil dein Herz ist woanders. Ich weiß nicht, wo... Fragen wir mal ein bisschen aus, ne? Um ein bisschen wieder runterzukommen. Welche Spiele hast du gemacht? Ich meine... Ich meine... Ich verweige, dass ich nicht mehr darüber weiß. Mein Vater hatte eine Konsole, und wir haben sie zusammen zusammen gespielt. Du hast wahrscheinlich nie von ihnen gehört. Es gibt hunderte Indie-Games hier. Oh, komm mal! Ich will es wissen! Komm, sag dein eigener Spieler! Was war das erste? Was war das? Es ist ... Es ist ... Halt von ... 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 Nein. Warum? Warum? Ah, Mann. Der Dock-Gentlemen. Schlatter-Kat-Lady. Ah, das war wenigstens schön. Okay, danke schön. Oh Mann. Komm, hol uns. Hol uns. Oh. You wanna hear more? Okay. Klingt sogar lustig. Komm, bitte. Nice. Oh Gott, ja. Ja. Hahaha. Hi. Ja. Es ist nur 99 Cent. Ich meine... Natürlich. Es könnte nicht das beste Spiel ever sein, aber... Eigentlich... Ja. Es ist wirklich ein Ball. Ich bin nicht zu stolz davon. Ja. Hat... Die Frage ist halt jetzt, ob er das wirklich gemacht hat. Und es wäre... Nice. Komm. Zeig mir noch, wo ich spiele. Okay. 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 Ja. Das stimmt. Komm. Mehr. Ja. Du hast ja auch. Ja. Es hätte nicht so gut gemacht, wenn ich nicht interessiert habe. Ja. 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 Ich habe, einmal habe ich versucht, eine etwas deeperesstellung. Eine... etwas... Wesentliche. Und das ist wie Cadaver's Blood es ist. Aber die mehr ich auf dem, die mehr ich auf dem, die mehr ich in einem Zombe-Zombie-Zombie-Zombie-Zombie. Diese sind zumindest populär, oder? Oh, ja. Es hat vielleicht überwältigend negative Reviews, aber trotzdem. 10.000 Kopien in der ersten Woche. In meinem Buch ist das ein Job gut gemacht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall... Auf jeden Fall was anders ist, naja. Andere Games. Haut aus. Rust. Also klingt's doch irgendwie unter der Quere. Just as I was about to release it, some other guys stole my idea and beat me to it. Oh, what a shame. So. If it wasn't for that, Dust would have been the greatest game I ever made. Tja. Ihr habt über das geredet. Komm. Easter Eggs. What other games did you make? I've rumbled on enough. I'm sure you've had enough listening about it. What other games did you make? Naja, fragen wir noch schnell und dann ist die Folge schon wieder vorbei, ne? Why is everything in life got to be so fucking hard? All I ever wanted was to have a normal, happy life. I shouldn't have to worry about my mum's drinking and John harassing me. And I shouldn't have to look after a baby that isn't even mine. It's not always gonna be this way. Then why is everything I do a fucking failure? You know, that's what happens. You're gonna fail. You're gonna fail ten times, a hundred times, maybe even a thousand times. But that's okay. Failure isn't permanent. You get back up. You keep going. And this time, you're gonna be stronger, wiser, and you're gonna be better. You wanna live your own life and be free of the past? Then stop worrying about failing. Stop being afraid. Just love the dream you want to achieve. And never, ever give up. Why do you talk like some old Chinese wise man? You're only a couple years older than me. I... Nice. I watch motivation videos on YouTube. Nice. Immerhin weiß man in diesem Spiel, wie man die drückende Atmosphäre ein bisschen auflockert. Ich meine, man hatte auch die Lichtblickmomente in Cat Lady, aber nicht so wie hier. Deswegen ist das Spiel auch ein bisschen mehr Farbe, nehme ich mal an. Naja. Es ist immer schön. Aber, woher gehst du? Hast du sicher, dass es eine gute Idee ist? Welche Wahl habe ich? Sie werden Bethany von mir nehmen, wenn ich bleiben. Wir lassen das nicht. Du bist ihre Freundin. Und du bist ein Kind, nicht? Nur nur. Das ist egal. Es ist trotzdem ziemlich klar, dass sie besser in deinem Geist wäre. Ja. Ich meine, sie hat niemand anderes mehr in der Welt, hat sie? Ach komm, mach du den ersten Move. Warum nicht? Es kann ja nur schief gehen in einem Spiel. Ja. 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 Du bist... Nein. Ja. Sehr gut. Ja. Back to yourself. Naalasen- Ch气. Ja. 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 Scheiße. Oh. Nein, ich kann sie nicht aus meiner Flasche holen, weil ich wirklich nicht mehr zurückkehren will. Wir müssen sie improvisieren. Wir müssen sie aufzuhren und verändern ihre Nappe. Er ist schwierig. Ich habe heute ein paar alte Frauen verletzt. Wie kann es mit einem Baby sein? Ich weiß nicht, ich bin total nüb mit Babys. Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein. Nein! 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 Ich fühle die Päne. Genau. Es wird funktionieren. Ich muss nur ein paar Änderungen machen. Geht ihr, siehst du, während ich einen Blick habe? Nein. Geh auf. Nein. 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 Wir hätten eigentlich die Polizei errufen sollen, es wäre besser gewesen. Das kann doch nur bergfahren. Warum habe ich das nicht gedrückt? Ich weiß nicht. Warum habe ich das nicht gemacht? Egal. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja. Bis dahin. Spielt schon brav weiter. Bis dahin. Bis dahin.